Hallo und herzlich willkommen. Heute bringe ich Ihnen den Zauber des Internets zusammen mit der Connect Box nach Hause. Das brauchen wir jetzt erst einmal nicht. Wir brauchen natürlich die Connect Box. Das Netzteil, die WLAN-Passwortsticker, ein Ethernet-Kabel, Phone-Guide, Quick-Install-Guide, 3-Meter-Modem-Anschlusskabel und der passende Adapter. Und nun suchen Sie einen Ort, an dem Sie die Box aufstellen können. Hier ganz wichtig ist, dass Sie die Connect Box aufrecht stellen, damit die internen Antennen optimal funken können. Am besten ist ein Ort geeignet, an dem die Box freisteht und nicht von einer Schublade oder einem Schrank an ihrer optimalen Funktion gehindert wird. Und jetzt schließen wir die Box an. Dieses Ende tun wir in die Box und dieses Ende kommt in die Kabeldose. Ja, und jetzt brauchen wir nur noch Strom. Dieses Ende ins Gerät, das Netzteil in die Steckdose und den Schalter auf 1. Nachdem wir die Box angeschlossen und mit Strom versorgt haben, kann es bis zu 30 Minuten dauern, bis die Verbindung hergestellt ist. Meistens geht es jedoch viel schneller. Ich gehe einfach mal auf Nummer sicher. Sobald nur noch das weiße Licht leuchtet, ist die Verbindung hergestellt. Jetzt können Sie Ihr Telefon hier einstecken. Hier können Sie eine Internetverbindung per LAN-Kabel zum Computer oder anderen Geräten herstellen. Mit einer LAN-Verbindung erreichen Sie die höchste Übertragungsgeschwindigkeit. Für die Verbindungsherstellung über WLAN brauchen Sie die SSID. Das ist der Name Ihres WLANs und das Passwort. Diese finden Sie unter der Box oder auf diesem Kärtchen. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie mit Ihrem Gerät eine Internetverbindung herstellen können, finden Sie hier. Dort finden Sie auch alle Informationen über das Thema WLAN. Und jetzt viel Spaß mit Ihrer zauberhaften Connect-Box und der Magie des Internets. UBC UBC UBC